Unitechnik Automatisierung GmbH, ein kompetenter Partner für Elektro- und Automatisierungstechnik in den Bereichen Metallurgie, Produktionsautomation, Verfahrenstechnik, Service. Alles aus einer Hand. Seit der Jahrtausendwende gehört der Einsatz von Robotern zu unserem Leistungsumfang. Auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen haben wir Roboter in den unterschiedlichsten Applikationen eingesetzt. Hier ein Roboter zum Schlackeabschöpfen an einer Verzinkungslinie. Auch Fertigungszellen in der Produktion gehören zum Unitechnik-Portfolio. Eine Innovation bei der Fluggepäcklogistik ist Unitechnik mit seiner automatischen Fluggepäckverladung gelungen. Das System löst die manuelle Baggage-Verladung ab, garantiert einen maximalen Container-Füllgrad, minimiert die Ladezeiten beträchtlich, reduziert die Kosten und erhöht die Sicherheit. Das Kernstück, die teleskopierbare Aufnahmevorrichtung am Roboter, ist patentiert. Für seine Pilotanlage erhielt Unitechnik den Zukunftspreis und den Innovationspreis Berlin-Brandenburg. Ohne ausgeklügelte Steuer- und Regeltechnik sind führerlose schienengebundene Fahrzeuge undenkbar. Zumal hier höchste Sicherheitsstandards gefordert sind. Unitechnik ist dort ebenso erfolgreich wie bei der komplexen Rationalisierung von Verkehrsleitsystemen für den Schienenverkehr. Wir haben das Know-how für die Installation und den Betrieb von Funkfernsteuerungen und sind Servicepartner verschiedener Hersteller. Industrielle Videotechnik einschließlich der Nutzung der visuellen Informationen für Prozessdiagnose und Prozessüberwachung ist für uns ein zukunftsträchtiges Betätigungsfeld. Mit effektiven Projekten der automatisierten Lagertechnik und betriebsinternen Transportlogistik sind wir in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen befasst. Zudem haben wir Leittechnik für Hochregallager entwickelt und installiert. Schnelles Handling, große Sicherheit und minimaler Personaleinsatz sind die Vorzüge derartiger Komplettlösungen im Logistikbereich, wie bei dieser Anlage in Dubai. Auch in der Reifenindustrie ist der Name Unitechnik ein Begriff und das sowohl bei Neubau als auch bei Retrofit-Projekten. Die funktionale Sicherheit ist heute zwingender Bestandteil jeder Maschine und Anlage. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir kostenoptimierte Lösungen für einen sicheren und praktikablen Betrieb. Dies gilt sowohl für Neubauten als auch für Bestandsanlagen. Dabei gilt der Grundsatz, nicht eine Standardlösung für alle, sondern maßgeschneiderte Konzepte abgestimmt auf den Anlagentyp des Kunden. Unitechnik, ein Name, der auf dem Weltmarkt geschätzt wird. Seit unserem Bestehen ist die Zahl der ausländischen Kunden kontinuierlich gestiegen. Denn Unitechnik Eisenhüttenstadt hat ein Know-how, das überzeugt. Wir stehen für Innovation, Verlässlichkeit und Flexibilität. Ein ideenreicher Partner für Kunden in aller Welt.